Ich bin Michael Glanznig, in OpenStreetMap auch bekannt als Nebulon42 und möchte heute was über den Standardstil OpenStreetMap Carto erzählen, auch bekannt als die Karte auf OpenStreetMap.org. Vielleicht ein bisschen Kontext zu mir, ich bin seit 2013 bei OpenStreetMap aktiv, Ende 2014 habe ich dann angefangen bei OpenStreetMap Carto mitzuarbeiten, hier habe ich vor allem an den Icons gearbeitet, habe dann auch Beiträge zu anderen Programmen oder Libraries, die sich mit Rendering beschäftigt, geliefert und arbeite jetzt seit kurzem auch bei Carto CSS mit. Was ich noch ein bisschen betonen möchte ist, dass ich bei OpenStreetMap Carto nichts entscheiden darf, also ich bin kein Maintainer davon, das so ein bisschen bedenken bei allem was ich sage. Die Karte verändert sich, alle paar Wochen oder in letzter Zeit ein bisschen seltener kommt es zu neuen Versionen im Rendering, da tut sich immer wieder ein bisschen was und ich habe mir am Beispiel Salzburg mal angesehen, wie sich das jetzt darstellt. Ich habe hier so einen kleinen Zeitraffer gemacht, hier sieht man die Staatsbrücke und die Salzach und die einzelnen Versionen von OpenStreetMap Carto. Die Daten sind überall dieselben, nur der Kartenstil verändert sich von Version zu Version. Ich lasse das einfach mal so durchlaufen, bis dann sich auch die Straßen verändern. Das Ganze gibt es auch auf Vimeo, falls später das noch jemand ansehen möchte. Es gibt auch eine Übersichtskarte von Salzburg-Norntal und eben diese von der Staatsbrücke zentriert. Hier ist nochmal so ein stilles Bild. Links sieht man Version 1 und rechts Version 2.39, die fast aktuellste Version. Wir sind bei 2.40 und man sieht schon, dass sich doch das Bild der Karte im Laufe der Zeit doch ein bisschen gewandelt hat. Hier habe ich mir nochmal zwei Änderungen herausgepickt, die das Bild der Karte sehr verändert haben. Eine dieser Änderungen war die Anpassung der Häuserfarben, die natürlich im städtischen Bereich ziemlich dominierend in der Karte sind. Die zweite Änderung war natürlich die Änderung der Straßendarstellung, die sich letzten Herbst verändert hat. Das waren zwei Änderungen, die das Bild der Karte schon ziemlich verändert haben. Es gab noch eine dritte Änderung, wo die Waldfarben angepasst wurden, die natürlich in bewaldeten Gebieten auch die Karte sehr stark beeinflusst haben. Wenn man das jetzt so sieht, kann man sich fragen, welche Ziele verfolgt denn eigentlich OpenStreetMap Carto? Und wenn man hier in den Cartography Guidelines im Repository nachsieht, dann werden hier zwei genannt. Das sind, dass man den Feedback-Merminismus für Mapper darstellen möchte und als zweites, man möchte die primäre Visualisierung für Besucher auf OpenStreetMap.org sein. Und wie ich finde, das sind zwei Ziele, die sich teilweise widersprechen, denn einerseits möchte ich beim Feedback-Mechanismus natürlich Wert auf Detail legen und möglichst viele Features abbilden und bei der Visualisierung für Besucher möchte ich doch vielleicht eher auf Design und Ästhetik Wert legen. Daher bewegt man sich so ein bisschen in einem Spannungsfeld. Einerseits Feedback-Mechanismus für Mapper, andererseits soll es auch gut aussehen. Natürlich widerspricht sich das jetzt nicht komplett, aber beides unter einen Hut zu bringen ist nicht ganz einfach. Was ist jetzt eigentlich, was bedeutet das Feedback-Mechanismus zu unterstützen? Wenn man als Mapper was in OpenStreetMap beiträgt, dann möchte man natürlich auch sehen, ob das, was ich eingetragen habe, auch so dargestellt wird, wie ich es mir vorstelle. Also wird es überhaupt dargestellt, wird es so dargestellt, wie ich es möchte und wenn es nicht dargestellt wird, kann ich mich auch fragen, kann ich etwas machen, damit es denn jetzt dargestellt wird? Hier muss man nur aufpassen, dass man nicht in das Thema Taggen für den Renderer dann reinkommt, aber da möchte ich jetzt nicht genau darauf eingehen. Wichtig für das Feedback ist jetzt meiner Meinung nach, dass ich eine gewisse Detailtiefe zur Verfügung stelle. Wenn ich jetzt habe einen Parkplatz, dann kann das ein Parkplatz für Autos sein, es kann ein Parkplatz für Fahrräder sein, es kann ein Parkplatz für Motorräder sein und das ist gut, wenn man diese Unterscheidung auch visualisieren kann. Ich möchte möglichst viele Features darstellen, denn in OpenStreetMap haben wir eine sehr große Vielfalt von verschiedenen Daten und ich möchte die Elemente, die ich darstelle, natürlich auch unterscheiden können. Und daher ist es wichtig, dass es einen gewissen Kontrast zwischen den Elementen gibt. Das sehe ich jetzt nicht nur im Sinn von Farben eigentlich, sondern eher auch in der Symbolik, das heißt, dass ich noch unterscheiden kann, was ist das und was ist das. Hier muss ich die visuelle Ästhetik eher ein bisschen unterordnen, denn wie ich schon gesagt habe, es ist schwierig, das alles zu leisten. Okay, jetzt will ich Feedbackmechanismus für die Mapper unterstützen. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Kartenstil. Ich habe hier zwei Beispiele mir herausgepickt. Ein Bild sieht man hier, das ist von Christoph Haumann, der heute schon den Eröffnungsvortrag über Mercato gehalten hat. Hier sieht man dargestellt die Flächenfarben, die es derzeit in OpenStreetMapCato so gibt. Man sieht schon, wir haben viele Grüntöne, wir haben viele Rottöne und wenn ich hier jetzt etwas ändern möchte, zum Beispiel, wie es vor kurzem passiert ist, ich möchte die Farbe von Farmland anpassen, dann muss ich schon sehr aufpassen, dass ich mich hier nicht in Konflikte mit anderen Farben begebe. Als zweites Beispiel dieses Bild hier. Das ist das Zentrum von Nottingham in England. Hier gibt es sehr viele Shops, die auch tollerweise alle in OpenStreetMap oder sehr viele in OpenStreetMap eingetragen sind. Wie man hier aber sieht, wird es dann schnell unübersichtlich. Das heißt jetzt nicht, dass ich an dieser Kartendarstellung nicht noch etwas verbessern könnte. Ich könnte natürlich nicht alle Shops gleichzeitig anzeigen, sondern nach Stufen, nach Wichtigkeit sortiert und so weiter. Aber ich glaube, hier sieht man ganz gut, was passiert, wenn man möglichst viele Features auf der Karte darstellen möchte. Und was man auch nicht vergessen darf ist, dass der Vorschlag eines neuen Features ist eigentlich der häufigste Grund, warum im Issue-Tracker ein Issue aufgemacht wird. Ich habe da jetzt mal so drüber gezählt, das sind ungefähr so 70 offene Anfragen für die Darstellung neuer Features, wo jemand sagt, bitte rendert durch dies oder rendert durch das. Das ist natürlich auch verständlich, weil jeder hat so seine Themengebiete, die ihn am meisten interessieren. Und da möchte man natürlich auch, dass das auf der Karte präsent ist. Dann habe ich auch noch über visuelle Ästhetik gesprochen. Ich habe hier aus der Wikipedia so eine Definition von visueller Ästhetik gefunden, die sich mit Kartografie auseinandersetzt. Und hier steht im Prinzip drin, dass Kartografen ästhetische Überlegungen machen, wenn sie Karten designen und dass diese ästhetischen Überlegungen eigentlich ein fundamentaler Part von der Arbeit sind und integral für die Funktion der Karten sind. Also hier wird eben der Ästhetik eine sehr starke Rolle zugesprochen. Visuelle Ästhetik gibt es natürlich auch in OSM Carto. Hier wird das eher mit Farben behandelt. Hier steht zum Beispiel, dass die Farbpalette für die Hintergründe sollte zu Pastell- und zu hellen Farben gehen. Für Straßen und so weiter sollten eher so mittlere Farben verwendet werden und Highlights sollten für die POIs aufgespart bleiben. Wenn man sich jetzt nochmal diesen Zeitraffer in Erinnerung ruft, den ich da gezeigt habe, dann kann man so ungefähr sagen, dass die letzten zwei Jahre so der Entwicklung des Kartenstils eher im Zeichen von Überarbeitung und Konsolidierung standen. Es gibt zwar neue Features, die eingeführt wurden, aber das bleibt jetzt eher so die Ausnahme. Und wenn man diese zwei Ziele, die man hat, Feedback-Loop und Ästhetik, also Visualisierung für Benutzer, auf einer Linie darstellt, ich habe schon früher gesagt, dass die sich nicht komplett voneinander ausschließen natürlich, also ich kann beides machen, aber um das Argument mal rüberzubringen, wenn ich die auf einer Linie darstelle, kann man sagen, ich habe mich von Version 2 bis zu 2.40, wo wir jetzt sind, eher in Richtung Ästhetik bewegt. Und das ist natürlich auch den Benutzern aufgefallen. Es gibt zum Beispiel einen Issue-Eintrag auf OpenStreamCarto, der heißt, die neue Karte ist zu blass. Oder das wurde auch im Deutschen Forum diskutiert zum Beispiel und hier wurde dann gesagt, meiner Meinung nach hat das viel zu wenig Kontrast. Es gab auch im polnischen Forum eine Diskussion und hier hat ein Nutzer auch Vorschläge gemacht, wie seiner Meinung nach das besser funktionieren könnte. Also alt oder jetzt ist natürlich links und besser wäre dann rechts. Gut, wenn man jetzt sagt, das widerspricht sich jetzt ein bisschen und OpenStreamCarto kann jetzt nicht alles leisten, warum gibt es denn nicht mehr Stile auf OpenStreetMap.org, auf der Startseite? Und meiner Meinung nach hat das zwei Gründe. Einerseits ist der Erstellungs- und Betreuungsaufwand von einem Stil relativ hoch, das macht man nicht in ein paar Stunden und das probiert jetzt auch der deutsche Stil, wird gerade auch überarbeitet. Das heißt, hier gibt es hands-on Wissen, dass das nicht so einfach geht, dass das viel Zeit kostet und dass die Kosten für den Betrieb eigentlich relativ hoch sind. Und hier sind vor allem die Guidelines für New Tile Layers ausschlaggebend, denn die fordern nämlich, dass es eine globale Abdeckung gibt und dass man die Traffic-Anforderungen auch erfüllen kann und die sind auf OpenStreetMap.org nicht so gering, wie ich glaube und dass man natürlich aktuelle Daten anbietet. Und ich glaube nicht, dass man diese Policy ändern sollte, die hat schon seinen Sinn, nur ist es eben für Hobbyprojekte oder für andere kleinere Projekte schwierig, diese Anforderungen zu erfüllen, auch im Hosting und allem Drum und Dran. Dann darf natürlich ein Buzzword auch nicht fehlen, Vector Tiles, kann das die Lösung sein zum Beispiel. Über Vector Tiles kann man locker einen eigenen Vortrag halten und das wird auch gemacht. Morgen, Markus Roth spricht über Vector Tiles von OpenStreetMap. Das kann ich sicher empfehlen, wenn das jemanden interessiert. Ich möchte hier nur ganz kurz auf Vector Tiles eingehen, was jetzt das Styling quasi betrifft. Ich kann mit Vector Tiles im Prinzip separieren, wie die Daten definiert werden und wie das Styling funktioniert. Ich kann trennen, was kann ich rendern und wie wird das gerendert. Und das können dann auch zwei verschiedene Projekte sein eigentlich. Das heißt, es kann sich ein Team damit beschäftigen, was ich anzeige und wann, also auf welchen Zoom-Stufen und ein anderes Team könnte sich damit beschäftigen, wie ich das jetzt denn darstelle. Wenn ich möchte, kann ich das auch im Browser machen, also das rendern. Das heißt, ich würde mir dann die Tile-Server für die Raster-Tiles sparen. Natürlich nur, wenn ich das so will. Ich muss das nicht unbedingt machen und das könnte die Anzahl der Stile, die es gibt, drastisch erhöhen. Denn OpenStreetMap könnte zum Beispiel die Datenkacheln, also die Vector Tiles anbieten und dann könnten verschiedene Projekte hier Styles dazu anbieten. Das würde jetzt aber wahrscheinlich nicht alles viel besser machen, denn die Stile würden alle wahrscheinlich ziemlich ähnlich aussehen, denn sie bauen ja alle auf dieselben Datendefinitionen auf. Natürlich wird es Unterscheidungen geben, aber ich kann jetzt nicht etwas radikal anderes damit machen. Grundsatzdiskussionen wird es immer noch geben, natürlich. Und das Repository, wo ich die Vector-Teildefinition ausarbeite, also wo ich mir ausmache, was stelle ich wo dar und so, das würde wahrscheinlich zu dem neuen OpenStreetMap Carto werden, weil hier dann alles zusammenfließt, was ich darstellen kann. Noch eine Funktion von OpenStreetMap Carto, finde ich, ist eine gewisse Steuerungsfunktion, natürlich ohne dass man jetzt sagt, die Entwickler wollen den Mappern sagen, was sie zu machen haben oder so, das natürlich nicht, sondern eher im Konsens und natürlich um die Qualität zu verbessern. Das ist einerseits Datenqualität und andererseits Taggen für den Renderer. Und hier möchte ich auch wieder zwei Beispiele bringen, was heißt Datenqualität. Datenqualität heißt, dass der Stil Fehler, die in den Daten vorliegen, nicht korrigieren soll. Also es soll nicht besser dargestellt werden, als es ist. Denn ich soll Fehler ja erkennen können und die auch beheben können. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ich kann Wald als Hintergrund verwenden. Ich kann ein Waldpolygon malen und dann dort meine Residential Area, meine Wiesen und was ich alles will, kann ich drüber malen und mittlerweile sieht das so aus, wenn ich das mache. Vorher hat das noch alles ziemlich normal ausgesehen und ich habe vielleicht gar nicht erkannt, dass hier ein Problem vorliegen könnte. Mittlerweile hat es eine Änderung gegeben, die das geändert hat, auch wirklich explizit mit der Intention, diese Fehler sichtbar zu machen. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass ich jetzt erstens erkennen kann, dass hier ein Problem vorliegt. Und da es eher ein bisschen hässlich ausschaut, wird es wohl vielleicht eher korrigiert. Ein anderes Beispiel ist das hier, auch passend zum aktuellen EM-Thema. Hier ist es ein Stadion in Wien, wo jemand die Spielfeldmarkierungen als Barrier Line eingetragen hat. Und ich finde das eigentlich ein ganz nettes Easter Egg, aber die Ursache war diese, dass im Standardstil eben alles, was mit Barrier begonnen hat und eine Linie war, eben gleich dargestellt wurde. Und das führt natürlich zu einer Aufsplitterung bei den Werten, ich kann Barrier 12345 oder irgendwas eingeben und das wird eben so dargestellt. Und daher hat es dann auch eine Änderung gegeben, die das auf Werte beschränkt, die schon eine gewisse Verwendung haben und die auch, also hier hat man mit Tag-Info versucht, möglichst die Werte zu erwischen, die verbreitet sind. Und auch mit dem Wiki wurde gearbeitet, dass man eben hier auch feststellen kann, was gut definiert ist und was quasi, wo es einen gewissen Konsens dazu gibt, dass das verwendet wird. Noch kurz zur Entwicklerstruktur. OSM Carto hat eine eher kleine Entwicklergemeinde. Mir ist dann am Rande, Hilfe ist immer gewünscht und willkommen. Und hier gibt es, also bei OpenStream Map Carto gibt es im Prinzip vier Maintainer, die entscheiden auch, was wird geändert und was nicht, ich bin keiner davon. 2015 hatten wir so ungefähr 400 Beiträge, davon waren 14 externe Beitragende, also außerhalb von den Maintainern, 8 davon haben mehr als ein Commit beigetragen und nur vier mehr als 10 Commits. Das hört sich jetzt wenig an, ist aber eigentlich ganz in Linie mit dem, was andere Projekte haben. Wenn man sich jetzt hier ID zum Beispiel ansieht, die haben so rund drei Maintainer, wobei die auch von Mapbox unterstützt werden, glaube ich. Die haben ein paar mehr Commits gehabt 2015, mehr externe Beitragende, 34, 15 davon mehr als ein Commit, 3 mehr als 10 Commits. Also ungefähr dasselbe doch, aber doch ein paar mehr Beiträge. Noch kurz, bevor die Zeit dann eh auch wieder um ist, wollte ich noch kurz zeigen, wie eine Änderung jetzt den Weg in den Stil findet. Und zwar habe ich mir hier eine Änderung herausgesucht, die ich selber gemacht habe. Die Änderung der Farbe von den Stationsbeschriftungen. Man sieht hier Wien, innere Stadt und U-Bahn-Stationen und die Farbe, ich hoffe, man sieht das auch auf dem Beamer, dass die sich von eher grellerem lila-blau zu dunklerem Blau ändert. Und die Beobachtung, die ich dazu gemacht habe, war eigentlich die, dass Stationsbeschriftungen eher nicht zu schön sind und auch oft schwer lesbar sind, besonders auf Hintergründen, wo sehr viele andere Dinge auch dargestellt werden. Und ich habe dann ein bisschen experimentiert mit dunkleren Farben, mit Helos, das sind diese weißen oder andersfarbigen Ringe um die Schriften und mit Schriftschnitten. Wenn es jemanden detaillierter interessiert, das ist der Code dazu, der relevant ist. Das ist Cato CSS, so ähnlich wie CSS. Und wenn ich damit jetzt experimentiert habe, dann muss ich das ja testen. Und dann muss ich mir überlegen, welche Kategorien sind jetzt hier sinnvoll. Dann brauche ich wahrscheinlich Stadt und ich brauche Land, ich brauche U-Bahnen, ich brauche Straßenbahnen, ich brauche Bahnhöfe und kleinere Stationshalte. Was ich hier noch vergessen habe, ich brauche auch Lifte, weil hier werden auch die Stationshalte angezeigt. Ich muss mir dann Testregionen suchen, das heißt es ist auch sinnvoll, wenn ich mich ein bisschen in den Daten auskenne oder ein bisschen mappe, damit ich dann weiß, wo ich was finde. Hier ergeben sich vielleicht neue Dinge, dann muss ich vielleicht zurück zu eins. Dann muss ich Testbilder anfertigen, ich muss sagen vorher, nachher. Das wird auch explizit gefordert oft bei den Pool-Requests, dass man sehen kann, wie schaut es vorher aus, wie verändert es sich. Ich muss das dokumentieren und dann eben im Repository einbringen mit einem Pool-Request. Dann wird diskutiert, da kommen vielleicht weitere Aspekte dazu, es gibt vielleicht Änderungswünsche und dann kann ich etwaige Änderungen durchführen, muss wieder zurück zu fünf, dann wird wieder diskutiert. Das kann sich dann ein paar Mal wiederholen und vielleicht gebe ich dann auch dazwischen auf und denke mir, na das ist mir jetzt zu mühsam oder ich komme drauf, na das funktioniert nicht so, wie ich das mir gedacht habe. Und wenn das dann durch ist, dann gibt es irgendwo eine Maintainer-Review, wo dann die Maintainer sich das nochmal anschauen und testen. Wie sie das jetzt genau testen, weiß ich nicht. Ich nehme an, dass sie auch ihre Regionen haben, wo diese sich anschauen und dann eben sehen, ob das so funktioniert oder nicht. Und dann gibt es eben die Aufnahme oder die Ablehnung. Das heißt, es ist nicht von vornherein klar, dass jede Änderung, die ich einbringe, auch akzeptiert wird. Es kann durchaus sein, dass die aus den einen oder anderen Gründen abgelehnt wird. Und das ist vielleicht natürlich ein bisschen ein Risiko, wenn man ein bisschen Arbeit investiert hat. Daher ist es vielleicht ganz gut, wenn man vorher ein bisschen über Sachen diskutiert, um dann schon auf gewisse Dinge drauf zu kommen. Gut, dann bin ich eh schon wieder am Ende. Zusammenfassend würde ich so sagen, ich finde, dass OSM Carto ein bisschen zwischen Stühlen, Feedback-Club und Ästhetik so sitzt. Und versucht sich da irgendwie in die eine oder andere Seite durch zu bewegen. Es gibt eine gewisse Steuerungsfunktion, was die Daten angeht und eigentlich eine große Verantwortung. Dafür gibt es eigentlich recht wenig Beitragende. Und ich glaube eigentlich, dass die Funktion von OSM Carto ist zu zentral für OpenStreetMap. Ich glaube, dass es viel mehr Karten braucht. Es gibt ja auch viel mehr verschiedene Karten. Aber ich glaube, dass es die Karten auch auf der Startseite braucht. Und wie das in Zukunft funktionieren kann, es ist jetzt leider wieder eine Karte weggekommen, MapQuest Open. Welche Karte die ersetzen wird und ob es dann zusätzliche gibt, das wird sicher spannend werden, das zu sehen. Okay, ich habe im Exposé noch versprochen, ein bisschen Entwickler-Setup. Dafür ist jetzt das Format eh nicht so gut als Vortrag und die Zeit reicht auch nicht mehr. Das kann man dann gerne dann noch anschauen und dann selber vielleicht ein bisschen experimentieren damit. Okay, danke. So, war sicher sehr interessant. Gibt es Fragen? Jetzt hat man das Mikro, glaube ich. Zu dem letzten Satz, das hast du ja bereits gesagt. Also ich meine, ich hätte zum Beispiel seit Jahren gern den deutschen Stil mit auf der internationalen Startseite. Das Problem ist bloß, unsere Bandbreite von diesem Server, von der Anbindung ist nicht so groß, dass ich mir das so richtig traue. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ich denke, viele nehmen den Default-Stil, wenige schalten überhaupt um. Also das ist halt so die Abschätzung, die man da zu machen hat. Und das Nächste ist natürlich, es braucht natürlich auch relativ starke Maschinen, um sowas vorzuhalten. Und die Frage ist halt, könnte man da vielleicht mal drüber nachdenken, ob der Fosky solche Maschinen vielleicht sponsert, wenn jemand sowas machen will und zusätzlichen, also wäre mir jetzt so spontan eingefallen. Ja, es ist sicher, also wie du gesagt hast, also wir stimmen da natürlich eben ein, dass es große technische Aufwände braucht, um das jetzt so machen zu können. Wie du gesagt hast, du glaubst nicht, dass die Bandbreite ausreicht. Also OpenStreetMap.de ist ja jetzt nicht so ein ganz kleines Projekt, sondern eher schon gehört schon zu dem bisschen größeren eigentlich dazu. Daher ist das sicher vielleicht eine gute Sache, wenn man da über den Foskis auch was machen könnte. Und was du gesagt hast zur Startseite, dass viele vielleicht gar nicht umschalten. Das könnte gut sein, da müsste man vielleicht auch noch überlegen, ob man das vielleicht auch ein bisschen anders präsentieren könnte. Dass man doch eher sieht, dass es auch verschiedene Ansichten gibt und nicht nur die Standardkarte eben genau. Du hast ja auch befeuert die Geschichte, dass wenn man zum Beispiel einen Wald malt und dann einen See drüber, dass das falsch in Anführungsstrichen sei. Das ganze Problem ist dabei, dass 90 Prozent der Mapper nicht wissen, wie ein Multipolygon funktioniert. Und man dadurch, dass man diesen Fehler in Anführungsstrichen korrigiert, 90 Prozent der Mapper davon ausschließt, das Ding in Zukunft zu korrigieren. Man sollte tatsächlich darüber nachdenken, ob man das als falsch bezeichnen möchte oder nicht. Denn es kommt eigentlich nicht dem nahe, dass wir möglichst viele Mapper haben wollen. Und wir wollen keine guten Datenstrukturen, sodass wir Programmierer, dass sie es ganz toll finden, das ist die angepasste Datenstruktur und die meisten Mapper können es nicht mehr benutzen. Das ist natürlich eine gute Überlegung, die muss man sich stellen. Was jetzt richtig und was falsch ist, ist natürlich immer schwierig zu sagen. Also man sollte natürlich innere Elemente ausschneiden bei Wäldern, weil das dann zu einigen Problemen auch bei der Darstellung führt. Ich meine, es geht jetzt auch nicht darum, die Programmierer glücklich zu machen. Es gibt einfach gewisse technische Einschränkungen, um die man nicht herumkommt. Natürlich ist es schlecht, wenn man Dinge macht, die dann viele Leute nicht mehr benutzen können. Also da muss man natürlich einen Mittelweg finden, würde ich sagen. Also da bin ich gar nicht dagegen. Darf ich da anknüpfen? Also in meiner Region, wo ich mappe, da arbeite ich sehr gerne mit Multipolygonen. Und ich sehe natürlich auch die Anzahl der Mapper, die tatsächlich in dieser Region arbeiten. Und da kann man sicher von keinem Henne-Ei-Problem sprechen, weil auch Anfänger-Mapper hätten durchaus in Bereichen, wo keine Multipolygonen sind, durchaus die Möglichkeit, sie reinzubringen. Und dort findet das auch nicht statt. Da wäre mein Ansatz mehr, anstatt auf die Multipolygonen, die sie so negativ zu sehen, besser mit derselben Energie mehr Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um junge Mapper zu bewegen, an der Community zu arbeiten. Und ich denke, die Einstiegshürde für so Multipolygonen ist dann doch nicht so hoch, wie immer behauptet wird. Die zweite Anregung von meiner Seite, das wäre zu den Kartenstilen. Also der primäre Zugang ist ja osm.org oder .de oder wie auch immer. Ob man nicht für einen ästhetischen Stil einen zweiten Namen wählen würde als Überbegriff, muss nicht OpenStreetMap heißen. Also er könnte ein Kunstbegriff sein, um sozusagen den Zugang direkt auf eine ästhetische Seite zu vereinfachen. Dann hätte man zwei Ebenen, wo man einsteigen kann. Einerseits eben auf dieser Arbeitsebene unter OSM und auf der anderen Seite eine Ebene, die auf Ästhetik konzentriert ist, wo man auch sehr stark auf die Öffentlichkeitswirksamkeit schaut von dem Namen, dass da ein direkter Zugang zu einer ästhetischen Ebene möglich ist. Ich möchte dann noch kurz zum zweiten noch was dazu sagen. Es wäre sicher gut, wenn man eben mehrere Stile hätte. Vielleicht einen, um jetzt eine schöne Karte, ich sage gar nicht, dass die jetzige Karte nicht schön ist, darstellen. Und eine, die eher auf die Mapper ausgerichtet ist, was die brauchen. Das Problem ist nur, es gibt derzeit, auch die OpenStreetMap Foundation kann derzeit nur Server bereitstellen, die einen Stil rendern können. So groß sind die Anforderungen an die Hardware. Das heißt, es würde derzeit mit den Mitteln, die man hat, gar nicht möglich sein, auch hier nur einen zweiten Stil zu rendern. Das ist das Problem, was man hat. Aber natürlich wäre das wünschenswert, ja. Vektorteils wurden bereits angetönt und ich denke, es geht hier viel um Server. Und das Problem könnte damit gelöst werden. Und meine Frage ist jetzt, ist denn die Strategie, zu Vektorteils zu gehen und Karto CSS und Mapnik loszuwerden? Weil meiner Meinung nach sind das die Bottlenecks, die verschiedene Stile schwierig machen. Über Strategien traue ich mich jetzt hier nicht zu sprechen, denn das würde implizieren, dass ich da irgendwie was zu entscheiden hätte. Natürlich wäre das wahrscheinlich eine Möglichkeit, wie man da hingehen kann. Allerdings müsste das dann natürlich auch mit dem Asys-Admin-Team von der OpenStreetMap Foundation irgendwie gemacht werden. Und das heißt, ich glaube, es sind viele Diskussionen einfach nötig, um zu sehen, in welche Richtung man da gehen kann. Aber es gibt da schon sehr gute Ansätze, nämlich auch von der Wikimedia Foundation mit Carp Therian und dann das OSM-to-Vektorteil. Das ist auch ein sehr guter Ansatz. Das heißt, man hat hier schon gute Anfänge, wo man auswählen kann und wo man dann weitermachen kann wahrscheinlich. Das ist auch ein sehr guter Ansatz. Das ist auch ein sehr guter Ansatz. Das ist auch ein sehr guter Ansatz. Das ist auch eine halbe Ansatz. Vielen Dank.